Hallo, mein Name ist Timo Gieseler von der Cargo Service Point GmbH hier in Freudenberg. Wir befinden uns mittlerweile im Lockdown 2.0. Corona und Covid-19 ist in aller Munde und es wird im Gegensatz zum letzten Mal noch viel mehr Unternehmen sehr hart treffen, dass halt eben wirklich Existenzen bedroht sind und damit viele Firmen in die Pleite rutschen werden, viele Arbeitsplätze verloren gehen werden und ich möchte einfach hier nochmal den Appell an alle aussprechen, wirklich die Hygieneregeln, wie wir es bei uns im Unternehmen, ich denke vorbildlich durchziehen, einzuhalten und somit alles dafür zu tun, um die Krankheit so gut wie möglich von jedem wegzuhalten. Es ist auch bei uns mittlerweile vorgekommen, dass wir schon zwei Quarantäne-Fälle gehabt haben, alle mit Negativtests, alles kein Problem, aber Corona kommt näher und wird noch uns viele, viele Probleme schaffen in nächster Zeit. Wir sind aktuell sehr dankbar dafür, dass wir nochmal weitermachen können. Wir haben im Gegensatz zu anderen Branchen das Glück, dass wir zumindest mal keine extremen Einbrüche zu verzeichnen haben, zumindest Stand jetzt noch nicht und da bitte ich halt wirklich alle Mitarbeiter und Kollegen, dass weiter an einem Strang gezogen wird, dass wir halt diese Sache auch im Fokus behalten. Ja daher möchte ich die Gelegenheit nutzen und dir anbieten, dich bei uns zu bewerben. Wenn du motiviert bist, zuverlässig bist, und interessiert bist an einem langfristigen Arbeitsplatz, in einem aufstrebenden Zukunftsmarkt, in einem familiären Umfeld, in einem super Team, dann bewirb dich jederzeit gerne bei uns. Wir können kontaktiert werden über sämtliche Social Media Kanäle, E-Mail und so weiter und so fort oder ruf uns einfach gerne auch an. Wir sind persönlich auch jederzeit für dich da, können über Eventualitäten, über Möglichkeiten sprechen, wie du vielleicht bald schon im Team Gisela hier Fuß fassen kannst. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen Anruf und wünschen dir und deiner Familie bis dahin alles Gute, bleib gesund und vielleicht sehen wir uns bald und können dich im Team Gisela begrüßen. Bis bald, ciao, ciao.